hey leute ich bin wieder da mit karl und ja und ich nehme euch heute wieder mit karl kommt wahrscheinlich auch mit zu uns zu euch karl du kommst dann wahrscheinlich ja und gucken gerade bei karl also einfach allerdings viel nicht zu sagen außer dass keiner mit kommt und ja allerdings haben wir jetzt nicht viel zu sagen und ich nehme euch dann wieder mit ja ich nehme euch dann wieder natürlich wieder mit zu meiner tagesrutsch